Auf der Musik? Ja, Mann. Warte, ich will mitbouncen. Mal schauen heute. Oh nein, das ist der Film wieder. Oh, yeah. Ich vor paar Jahren. Nee, ich brauch die Racing Line. Ist so. Ich weiß nicht, war nicht brems. Hallo, da seid's. Die P-Ump hier. Ein Battler hier. Und willkommen zum fünften Duell hier in Formel 1, wo es mit 20-0-0 weitergeht. Ich wollte schon 2020 sagen. 20-0-0. 2000 einfach. Ja, wo es dann mit 2000 weitergeht. Voriges Duell. Ich gewonnen. Schon wieder. Was denn los bei dir? Die Steuerung, ey. Aber diesmal ist die Lenkung besser. Diesmal kann man analog lenken. Ja. Also es sollte besser ausgehen. Minimal besser. Ansonsten, ja wie man sehen kann, immer noch hier auf der PS1, weil die PS3 kannst du noch immer nicht hier emulieren. Dieses Mal habe ich ja gewonnen. Das heißt, ich darf dann zuerst ja die Zahl auswählen. Ja. Und ich darf dafür die Strecke auswählen. Hm? Und ich darf dafür die Strecke auswählen. Ja. Ich würde sagen, weil der Kollege heute seine Pullposition eingefahren hat, 33. Und ich habe 71. Scheiße, ich muss wieder Aufnahme drücken. Was ist 71? Ja. Okay. Und... 79. 50. Oh! Okay. 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 Welche Strecke? Ähm. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier? Und nachher, was ja... Was auch noch wichtig zu wissen ist, in diesem Spiel gibt es keinen Zeitfahrenmodus. Also wir müssen das eben... Wir müssen hier den Rennmodus zweck entfremden. Damit ihr Bescheid hörst. Ist ein bisschen weird, aber ja. Es ist was es ist. Ne? Ja. Was weiß ich? Ich habe auch auf Ungarn. Mach mal Ungarn. So. Okay. Du willst Ungarn? Ja. 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 Okay. Welchen Fahrer darf es sein? Ach, Training. Okay. Dann können wir es doch so machen. Ach so. Fahrer habe ich es gar nicht ausgewählt. Ja stimmt. Hast du gar nicht ausgewählt. Hier bei Fahrer. Ja. Na was darf es sein? Das Ding ist, die meisten kenne ich eh nicht. Kennst du Jaguar? Vorgänger von Red Bull? Ja. Okay. Oder Ralf. In Williams, ne? Der Jensen, ja. Hey, perfekt. Den nehmen wir. Ja schon, wegen Orange Army, oder? Was? Wegen Orange Army. Ja. Hast du vorhin gesehen? Auf dem Auto, Orange. Wie fährst du das? Ich habe ja vorhin gewonnen, also muss ich ja die Benchmark setzen. Stimmt, ja. Machen wir gleich direkt fliegende Runde beginnen, ne? Ja. B-Out Lab brauchen wir nicht. Ja, du bist schon auf der Start zieh? Ja. Wie gut ist das? Der Sound ist weird, ne? Ja. Oh, yo. Das ist so, als ob man den Sound immer wieder von vorne erspielen lässt. Nach jedem Schaltvergang. Ja. Ja. Aber die Physik ist besser. Jo, das haben mehr Grip. Ich muss aber sagen, auf dem Cover sind die Screenshots viel besser aus. Was erwartest du? Total gescannt. Yo, das Backfiring. Yo. Hab's gehört, ja. Ja. Oha. Flat out. Nein. Mist. Mist. Ich sehe hier kaum etwas durch diesen. Oh, das ist doch etwas ein bisschen anderses, Leon, ne? Hm? Die Kurve ist gerade anders gewesen. Ja. Kann aber auch am Game selber liegen. Und nicht an der Strecke. Ne, die Kurve ist tatsächlich anders. Hm. Interessant. Gut, vor 20 Jahren. Gut möglich. Ja. Aber sonst ist er das gleich. Ja, gerade so gesaved. Ah, Mist. Der wollte gar nicht nach rechts einlenken. Ja, gut. Du wolltest sie bestimmt an der Mauer abprallen lassen, dass du schneller nach rechts lenkst. Hm. Ne, schwarz. Ja, genau. Wallriding, oder? Ja. Und so wie Umanako ohne Rules. Ist ja auch die Kategorie. Einfach gegen jede Wand fahren. Genau. Natürlich mit Schaden aus. Hm. Ne, auf realistisch. Tja, genau. Einmal könntest du es machen, aber das muss dann bei der Ziellinie sein. Hm. Aber das wollen wir ja nicht machen sonst, äh. Ja. Ja. Versehen ist okay, aber mit Absicht. Ja, schau, die Kurve ist anders. Ja, okay. Stimmt. Tatsache, das Laird war damals anders, vor 20 Jahren. Aber sonst ist er das identisch. Hm. Oh, Mist. Habe ich mir nochmal die Runde hier ruiniert. Aber schonmal schneller als vorhin gewesen. 1,13. Hm, ich glaube 1,13 wird es sein. Okay. Aber das war doch schon Runde 2 jetzt eben. Ja, okay, ne. Das werde ich nicht mehr besser machen können. Aber dann habe ich nur 2 Runden. Okay. Ach, jetzt kommt Qualifying. Ne, das war mir ja nicht. Cool. Ja. Das hat gerade von einer Stunde runter gezielt. Ja. Damals war das Qualifying anders. Achso. Hier. Da gab es kein Q3 und so, oder? Ich glaube nicht. Ne. Okay. Deine Benchmark ist 1,13. Wie viele Konfiguren hat Johnny Herbert gewonnen? Ich glaube, 3. Mach mal 3. Ne, ich habe mal 2 gemacht. Mal schauen, wer recht hat. Ich weiß es nicht. Ich rate nur. God damn it! Okay, du hast recht, glaube ich. Weil 5 und 7 hat er auf jeden Fall nicht. Es müssten 3 gewesen sein. Gibt es hier keine Bremsboards, Alter? Wow. Nope. Nice. Runde 1 schon mal. Naja, Runde 1 ist nicht so wichtig. Wow. Boah, die Lenkung ist aber voll verspätet, muss ich sagen. Input lag, oder? Ja. Sagst du das als PC-Gamer oder allgemein? Allgemein. Okay. Okay. Ja, das ist voll delayed. Na, jetzt komme ich bissel rein. Nice, nice. Jetzt komme ich bissel rein, sage ich. Hab ich ja gesagt, nice, nice. Ach so. Hast du verstanden? Was, was habe ich verstanden? Ne, nice, nice. Guten Exit. Und der war total... Ah, nicht allzu schlecht. Naja, 2 Grunden hast du, um 1,13 zu überbieten. Äh, unterbieten. Überbieten tust du ja immer. Aber nicht im guten Sinne. Ja. 1, 2 und... Okay. Alter, dieses versplittete Lenken. Das war tatsächlich auch der Daniel gefühlt, als er von Renault zu McLaren gewechselt ist. Weißt? Diese Umstellung. Ja. Von F1 99 auf 2000. Ich höre den Heli, Leute. Der hört sich an wie in San Andreas. Ganz mal ehrlich. Als ob die dieselbe Soundfile verwendet haben. Ja. Was denn? San Andreas? Ja, die Helis geht ja San Andreas. Schon? Ja. Dabei kam das Spiel ja vorher raus, ne? Haben sie von dir geklaut. Ja, genau. Ah, okay. Oh no. Eine Runde habe ich noch. Absolut. So, jetzt aber, komm. Ich habe realistische Chancen. Ja. 1,13 musst du ja schaffen. Jetzt muss es sitzen. Und das hat nicht gesessen. Schalt runter! Das wird nichts. Noch hast du eine Chance. Hä? Ich bin doch im G1. Oh wow. Ne, kann ich nicht. Das ist noch eine Runde machen. Das wäre aber unten schummeln, oder? Hm? Das ist ja unfair. Das war ja auch unfair gerade eben. Vom Spiel. Mach eine weitere. Ja, dann mach ich nach dir noch eine. Moment, jetzt muss ich meine Sweaterposition einnehmen. Ja. Dann mach ich das auch mal. Okay, ne. Die letzte Kurve ist so schwer. Mit der Steuerung. So. Dann mach mal das Beste draus. Was? Ich habe hier keine Ahnung, wo der Bremsen bist. Oh, okay. Gut geraten. Das war nicht mit Absicht geschnitten. Hm. Oh, jetzt geht's ab. So lange nicht auf dem Grasbau. Oh, ja. Oh, sheesh. Da ist jemand! Oh, du hast Traffic. Mist. Schaffst du's? Oh, hoffentlich blockieren die mich nicht. Nicht euer Ernst. Weg da! Oh, ihr Pisser. Zieh dich. Danke. Sonst zieh mir einfach deine halbe Sekunde ab, oder? Oder passt das für dich so? Mal schauen, wie die Zeit am Ende wird. Oh. 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 Yes! Trotz, trotz Stau. Okay. Ja, gut. Okay, nicht übel, nicht übel. Oh, Mann. Okay, die Kunde geht doch an ihn. Ach, genau. Ist doch irgendwann etwas, ne? Ja. Das hält den Titelkampf spannend. Genau. Sonst wird's Revers, äh ne, nicht Reversweep. Sweep einfach. Was? Sonst wird's ein normaler Sweep, mein ich. Ach so, genau. Ja. Clean Sweep. Ja. So wie Hamilton, Ivald Era. Genau. Die Musik ist nice. Damit steht's 3-2. Wie gesagt, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall nicht schlecht, auch für die Zuschauer, wenn es eben noch ja nicht entschieden ist. Komplettiert bleibt, ja. Genau. Aber ja, Leute, dann seid auf jeden Fall gespannt dann auf F1-2001, was dann hoffentlich Zeitfahren haben wird, damit wir beim nächsten Mal nicht Traffic haben werden. Ja. Als wär's irgendwie Monster 2019. Das war echt so. Oh Mann. Aber ja, ansonsten, ja, mal schauen, wie auch der Kollege hier klarkommen wird mit dem letzten PS1-Game. Ja. Jetzt, wo ich gut bin, mein Spaß. Mal schauen, ob danach seine Durchstrecke dann aufhört mit dem letzten Ding hier. Ich denke nicht, aber... Sehen wir dann. We shall see. Ja. Ja, und wie immer, schaut übrigens auch bei Battler vorbei. Link zu seinem Channel ist unten in der Videobeschreibung und in der Infocarte. Schreibt er auch gleich einmal. Yay. Ja. Irgendwo hier. Also dann. Da. Ja. Genau. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin. See you. See you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020